WAHAHOGHOAYA Hör doch mal auf! HAAAAUGHO Scheiße! Was mach... Let's rock Gut, dann komm mal auf meinen Schoß. Was wünscht du dir denn? Lieber Weihnachtsmann, ich wünsch mir ein Video von New Universe denn es kommen in letzter Zeit so selten Videos auf den Kanal Digger, ich bin Straßenpenner und kein Weihnachtsmann und jetzt gib mir Geld! Ich dachte schon, hier kommt gar nichts mehr Oh man, was für ein Spaß! Wieso hat denn Schneemann? Solche Beile, das funktionier doch nicht. Hey, wir lieben dich, Helmut. Voll cool, Mann. Jetzt heißen sogar die Schneemänner, Helmut. Ich glaub's ja nicht. Natürlich ist mit euch immer die Winterzeit am schönsten. Aber leider muss ich euch jetzt verlassen. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Oh, seid doch nicht traurig. Das nächste Jahr holt ihr einfach meinen Hut und setzt ihn auf einen Schneehaufen. Und dann komm ich. Oh, jetzt mal zweideutig denken, damit's richtig geil. Dann komm ich. Oh. Einfach Hut ab und tot. Yo, Swaggety, 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 Swagget, Altä, voll scheiße, Mann, dass ich mit euch spielen kann. Wisst ihr, was ich mein? Wegen meinen paralysierten Beinen. Mein paralysierten Bein? Also so hab ich das auch noch nicht gehört. Das ist geil. Als wenn ich mal meine Beine irgendwann nicht mehr bewegen kann, sag ich, dass sie paralysiert. Voll dumm, Mann, Alter. Swaggety, Swaggety, Swagget. Ich bin jetzt weiter, ich muss zu meinem nächsten Interview, Alter. Voll wack. Ey, man kommt so schon schwer durch hohen Schnee und der holt da mit dem Rollstuhl durch, als wäre es nichts. Warte mal Jenkins, ich glaube wir können deine Beine wieder hinrichten. Oh oh. Äh. Alter, hör doch mal auf! Oh scheiße, was machen die mit dem armen Kerl, Alter? Oh nein! Das ist Schneemann-Transformation von Feinsten. Hol dir heute zu sein! Ist das vielleicht unsere Schuld? Ja. Die Drogen einfach raus, Alter, scheiße! Oh nein, da scheiß ich mir ein... Jenkins! Jenkins! Faxen, habt ihr Jenkins gesehen? Nein! Nein, wir haben den nicht gesehen! Hörte mal, Neonlichter an seinen Rollstuhl! Wieso kannst du jemanden umbringen, ohne Spuren zu hinterlassen, Alter? Oh, äh, ja okay, solange er nicht wieder seinen Rollstuhl auf 100 kmh hat. Pssst! Hoho! Da kann über den Autobahn brettern! Oh oh! Oh oh! Der beste Hut ever, Alter! Das ist der Moorhut! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh!